Dankeschön. So, jetzt aber passt es. Ich schätze mal, dass gleich auch mein Bruder ins Spiel kommt. Also, es ist im Spiel mein Bruder. Wir haben uns entschieden, Verwandtschaftsverhältnisse. Nicht, dass wir uns später noch die Schädel einschlagen. Wir heißen ja auch nicht Kain und Abel, sondern Joe Fried und Nigel. Nigel Loring. Genau, Joe, grüß dich. Könnt ihr mich schon hören? Jawohl, wir hören dich. Hallihallo. Herzlich willkommen, Nigel. Dann schaue ich mal, ob ich das Passwort noch weiß. Ah, es sieht gut aus. So, ich werde jetzt mal eben kurz eine Umbetitelung vornehmen. Es geht dann so in zwei Minuten auf jeden Fall weiter. Stream Info. Was für eine Überleitung. mache ich jetzt eigentlich auch so zum ersten Mal in diesem Sinne hier. So, hier schon mal was rein. Aber wir haben echt nette Zuschauer, die uns immer helfen. Super. Ja, klasse. Vielen Dank, Hilfe können wir immer gebrauchen. Okay, ich übernehme jetzt hier einfach mal so einen alten Titel, den ich hier gefunden habe. der passt doch immer wieder. So, Kooperation. Weiter. Das ist einfach ein Dollarzeichen. Prozent. Und da haben wir es. Quästen kann man ja eigentlich jetzt noch gar nicht, ne? Hallo. Ja. Hier bin ich. Die Umbetitelung. Ich schaue gerade auf dem Discord, wie du den Stream versuchst umzubenennen. Das kann man sehen? Ich sehe es nicht, aber ich aktualisiere mal. Ne, ne, kann man noch nicht. Der, der spackt gerade rum, weißt du. Ja. Immer noch Episode. Ja, der findet dann manchmal Raubritter dich. Okay. Twitch. Sucht dann in den weiten Weiten des Internets. Okay. Ich kenne mich leider gar nicht aus. Mit Twitch. Also da bin ich keine Hilfe. Ich dachte, das ist nur ein Text, den man ändert, aber. Ja, auch die Kategorie, die Tax. Oh. Okay, okay, okay. Das ist interessierter. Und der findet die Kategorie nicht. Der tippst den ersten Buchstaben R ein. Mhm. Ja, jetzt kommt schon mal was. R, ganz langsam I, nicht zu schnell. Das war falsch. Wir müssen ja erstmal... Ach, doch. Für Raub. Da habe ich es aber jetzt. Oh, Raubritter. Zack. Jetzt kommt er. Und Schuss. So. Passt. Hallo, Nigel. Hallo, Joe. So. Hallo, Nigel. Die Aktualisierung lässt natürlich ein bisschen auf sich warten. Ja. 2, 3 Minuten. So. Wir haben noch zuletzt hier Arbeiter, ne? Ja. Wir haben ein paar Arbeiter noch angehäuert beim letzten Mal. Und ich wollte auch, habe auch nochmal reingeschaut. Beim letzten Mal sind wir ja rausgegangen. Ich war zu 42% gesättigt. Ja. Eine Sache, die wir gucken wollten, war, ob ich wieder resettet bin. Aber nein, ich sehe, jetzt bin ich nur noch zu 24% gesättigt. Ja, das ist schon mal gut. Der Neustart setzt sich nicht wieder auf 100% zurück. Ach, so ist das denn zu erklären. Genau. Die Frage ist, wo habe ich 20 Sättigungspunkte verloren? Aber das ist jetzt auch erstmal nicht so schlimm. Na, ich glaube aber auch, dass ich 20 Punkte verloren habe. Okay. Vielleicht in der Zeit, wo man sich dann auslockt und das doch mal synchronisiert. Kann schon sein. Ja, Frühstück muss sein, ne? Wenn man, wenn man schläft und neu aufwacht. Ja. Und ich mir erstmal was zu essen. So. Ähm. Wir hatten doch jetzt hier allerhand Arbeiter, ne? Und hier steht keiner doof rum, ne? Die haben alle zu tun, ne? Mhm. Gut. Und was war unser Plan? Kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe einen Obstgarten gebaut zuletzt, ja? Genau. Da könnte man mal nachschauen, ob der, ob der was gebracht hat. Es sieht irgendwie so aus, als wenn hier in den Gebäuden wieder ein paar Bäume gewachsen sind. So. Da, da steht einer vorm Baum. Guck den an. Ich guck mal in der Verwaltung. Unser Mitarbeiter. Obstgarten. Ich habe gerade einen riesen Lag. Ja, aber ich höre die noch ganz schwach. Also er erntet permanent Äpfel. Das ist sehr gut. Die Animation, liebe Leute, die das Spiel auch nicht so kennen. Die werden später hinzugefügt. Da gibt es eine Roadmap. Die werde ich dann nachher mal einblenden, wenn ich kurze Pause mache. Oder ihr gejoint auf dem Discord von Raubritter. Ist ja leicht zu finden. Da googelt man mal oder guckt bei Steam nach. Raubritter. Und dann findet ihr da auch sofort die Discord-Adresse. So, dann gucke ich mal im Speicher, wieviel wir haben. Ist aber noch kein Apfel da. Was ist denn in unserem Lager? Oh, da kommt das ein Yachthaus. Nee, da geht gar nichts. Ein Yachthaus. Unser Lager. Ich habe mich jetzt hier verlaufen. Hier haben wir mittlerweile so viele Gebäude schon stehen. Hier ist das Lager. Oh, ich muss ja die Taste E drücken. Oder so. So, unser Lager. Jetzt gehe ich doch mal in die Jagdhütte gucken. Hier der Baum, der stört jedes Mal. Der hacke ich mal weg. Ich kriege ja mehr Holz raus als du. So, und das meinte ich hier. Da steht hier plötzlich mitten, ähm... Was sind das überhaupt für Gebäude? Also in dieser Handwerkshütte, da stehen Bäume. Aber wenn wir die Fälle nicht die Pfosten erwischen, ne? Ja. Ganz kurz, kannst du nicht verhören? Ja, ganz schwach und dumpf. Ja, ich würde es auch sehr schwach und dumpf. Ja, ich würde es auch sehr schwach und dumpf nehmen. Weil die wachsen ja später wieder nach, wenn wir sie haben möchten. Aber direkt Holz. Das muss ja irgendwo an deiner Leitung liegen. Ich glaube auch. Weil ich habe ja nichts geschaltet. Weil ich habe ja nichts geschaltet. Also du bist ja leiser geworden. Aber mich hörst du noch ganz normal, oder? Nö. Auch nicht. Ne, ich höre dich auch leiser. Hm. Ich starte im 2.2 bei Windows. Und dann einfach nochmal neustarten. Der Weg startet jetzt schnell. Vielleicht hast du ja auch Pech gehabt, du hast irgend so eine Taste erwischt, die die Lautstärke verändert, ne? So eine... Okay, bis gleich. Mal neustarten und es dauert nicht lange. Ich gehe gleich wieder da. Jo. Boah. Ich mag das ja, wenn hier so Boybe in der Siedlung steht. Aber wir wissen ja immer, wenn wir uns neu einloggen, da stehen die wieder da. Und das werden wir uns jetzt zum Nutzer machen hier. So, unser Ziel war ja eigentlich, äh, ausnutzen, solange wir doch Adeliger sind. Diesen Titel. Weil den verlieren wir wieder, wenn wir nicht genug Geld im Lager haben. Und ich sehe auch nicht ein, irgendwie, äh, unnötig zu viel Steuern zu bezahlen. So, da war schon ein bisschen Material. Verband. Werkzeuge, alles soweit gut. Was war denn hier drin? Nix. Wir wollten noch eine Schule bauen. Ich guck mal, was wir vorne bauen können. Und eine Palisade, sehr wahrscheinlich. Wollten wir auch ausprobieren. Also Hütte der Arbeiter. Ich hör dich wieder leise. Ja. Ja. Hm. Hat nichts gebracht. Ich hör dich auch, aber leise. Das hat es anscheinend nicht geändert. Ich kann auch hier einfach nur mal rausgehen. Also was wir jetzt folgendes machen können ist, du machst mich im Discord lauter und ich mach dich im Discord lauter. Dann machen wir das. Das ist jetzt mal die einzige Lösung. 170 Prozent. Okay. Testing, Testing. 1, 2, 3. Ich rede. Hörst du mich lauter? Ja, ich kann dich hören. So, rede du mal. Testing, Testing, 1, 2, 3. Ja, hört sich doch gut an. Ja, fein. Und ich glaube auch, man hört sich dann im Stream auch lauter. Dann machen wir das auch so. Schätze ich mal, ja. Okay. Ähm. Es hört sich so an, als vermutlich, dass vermutlich vielleicht nicht mehr USB-Headset ist oder der Gerätetyp oder auf Standard umgeschaltet ist. Verstehst du? Irgendwie sowas. Denke ich mal. Ja. Und dass dadurch die Vorverstärker oder der Nachverstärker dann nicht richtig eingestellt ist oder wirkt. Aber das können wir alle mal gucken. Genau. Das. Ich mach dir noch einen Tacken lauter. Und dann geht das. 120 statt 80. Okay. So, wir hatten jetzt überlegt. Also eine Nähstube haben wir schon, ne? Gekürferei. Gekürferei haben wir schon, genau. So, wir wollten noch die Schule bauen. Wir wollten einen Bauernhof bauen. Das ist ein wichtiger, der Bauernhof oder die Schule. Ich glaube, auf Schule hatten wir uns eingeschossen letztes Morgen. Weil ich glaube, Essen produzieren wir gerade ganz gut. 60 Steinen, glaube ich, hatte ich geholt dafür, ne? Ja. Ich guck mal im Lager. Ne, wir haben keinen Stein mehr. Und der Stein, der war teuer, dafür müsste ich wieder stundenlang schaufeln gehen, ne? Und eine Spitzhacke können wir die schon bauen? Ne. Wir haben keine Bergrechte. Ah, das heißt, wir müssen erst aufsteigen. So bitte. Und dann erst können wir eine Spitzhacke bauen. So, etwas für Mathematiker. Wir haben jetzt, also 30 Silberlinge kostet ein Stein. 30 Steine brauchen wir. Das sind 900 Silberlinge. Stimmt das? Nein, wir brauchen 60 Steine. Das wären dann 1.800. Ich höre kein Ja, aber ich weiß, dass das stimmt. Ups, Entschuldigung, ich habe mich gerade hier mit der Spitzhacke geschäftigt. Das war wesentlich angenehmer, als Matheaufgaben zu lösen. Ja, also 30 Silberlinge kostet ein Stein. 60 Steine brauchen wir. Also 1.800, ne? Okay, ja. So, das entspricht der derzeitigen Steuern, die wir entrichten müssen. Okay. Und wir haben derzeit 2.878 Silberlinge im Lager. Also, ich könnte das jetzt mal eben kurz machen. Und wir haben doch auch einen, der jetzt Eisenschürft, ne? Genau, genau. Also dann lass es uns tun. Also wirklich, du meinst, die Schule ist wichtiger, als was zu essen zu haben? Da bist du dir sicher? Nein, 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 nein. Das meine ich nicht. Die Schande ist, wird dann wichtig, wenn genug zu essen da ist. Ja, da bist du auch erstmal den Bauernhof haben, oder? Dann müsste man eigentlich, also wenn man davon ausgeht, müssten wir erst den Bauernhof haben. Also, wie stimmen wir jetzt ab, ohne dass ich zu schnell bin? Also, ein Bauernhof kostet nur 20 Kieferstamm und 10 Kieferbretter, das ist nichts. Verkauft. Wir machen den Bauernhof. Entschieden. Gut, wir haben jetzt einen Bauernhof. Ja, ich bin sicher. Das macht auch Sinn. Ja, vielleicht brauchen wir ja auch zwei. Mal lernen, die Bauernkinder in der Schule des Lebens, wie man Hühner füttert und Korn anbaut und dann geht es erst ans Lesen, Schreiben, Rechnung. Hä? Seit wann baut man Korn an? Wird er nicht destilliert? Ich bin also kein Alkoholiker, aber trotzdem. Entschuldigung. Da war ich wieder zu langsam. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es nicht besser wäre, den Bauernhof am Obstlager zu machen, ne? Achso, ja, naja, schon. Aber hier ist die Mühle. Die haben natürlich in den Wald reingebaut. Aber wir müssen das später nochmal umarbeiten, schätze ich. Ja, ja, ja. Das wird den Bauernhof dahinstellen, wo wir genug Platz haben, um Felder anzulegen. Müssen wir noch Felder anlegen? Ja. Das war im Tutorial so. Ah. Einer, der das Tutorial gespielt hat. Ja. Ich kannte das noch nicht. Ne. Das finde ich gut. Kann man machen, muss man nicht. Ich meine, es ist jetzt so spannend ist es nicht. Aber für jemanden, der neu einsteigt, ist es sicherlich zu fehlen. Ich habe ja den Hammer. Du kennst wahrscheinlich schon 90% des Inhalts der M-Tutorial. Hm. Ich habe die Ressourcen zurückgewonnen. Ich sage mal, es ist ja noch eine Early Access Phase für die Zuschauer. Und dann bekommen wir auch, wenn wir das Abreißen von dem Grundbau her, alles zurück. Nur die Erweiterung glaube ich nicht. Dann stellen wir einfach einen neuen her. Herstellen. So, das habe ich jetzt mal gemacht. Nochmal. Damit ihr seht, wie einfach das ist. Die Sachen müssen nur fertig im Lager sein. So, Nigel, so sage er mir doch, der Herr Bruder und Gefetter und so. Ja. Wo ich ihn hinstellen solle. Hier mitten in dem Birkenheim. Das wäre doch gut. Also hier hätte man, man könnte ihn, sei es des Weges platzieren oder du sei es. Ja, das fände ich gut. Sofern wir wissen, ob wir hier ein Tor drüber bauen können über den Weg. Ja, dann bleiben wir doch auf der Seite. Oder wir bauen dann zwei verschiedene Partisanen. Also, ne. Spricht auch nichts dagegen, den Bauernhof in den Mauern zu haben und die Felder außerhalb. Da muss man halt ein bisschen laufen, aber das ist nicht schlimm. Okay, wir können es ja ausprobieren, ob das funktioniert. Und dann stellen wir hier, was ist das? Das ist die Werkstatt, glaube ich. Dann stehen wir hier neben die Werkstatt. Gut, das auf. Ich gehe jetzt auf den Weg und werfe den Bauernhof da mal so hin. Okay. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Ups. Nein, der ist weg. Der ist weg. Ja, der ist, so ein Backhaffee haben wir schon mal gesehen. Der ist durch die Straße durchgefallen. Ich habe den Bauernhof verloren. Okay. Und ich laufe jetzt hier rum. Ich suche einen Bauernhof. Nein, der ist ja, ich habe richtig gesehen, wie das Icon durch den Boden gefallen ist. So einen Back habe ich schon mal gesehen im Spiel. Das kommt auf die Liste. Also da kann man auch nicht graben. Okay. Da kannst du nicht, der ist weg. Gut. Ich habe den Leuten jetzt zweimal gezeigt, wie man Bauernhof macht. So könntest du das machen, sofern wir noch die Bretter hätten. Ich mache... Den müssen Bauernhof hier. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das geht noch nicht. Ich musste aber eben kurz ein, zwei Bretter machen. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier. Wobei natürlich das blöd ist, wenn wir die Bretter machen. Weil wir müssen Werkzeugpunkte dafür bezahlen. So. Hier Bretter. Es ist auch toll gemacht mit den Werkzeugen. Die verbrauchen sich dann. Und da muss man dann sich rechtzeitig wieder welche nachspielen. Es ist wirklich schön... Also ich kann mir schon vorstellen, dass man viel Spaß haben wird in Zukunft hier im Multiplayer. So eine große Siedlung und alles anzubauen. Und später auch ein eigenes Heer anzuheuern. Eine arme Armee. Um sich gegen die bösen Steuereintreiber zur Wehr setzen zu können. Weil ich hatte schon mal nicht Steuern bezahlt. Da haben sie mir ganz lagerleer geräumt und gesagt. Hör mal Junge, wenn das noch zweimal hier passiert, dann wirst du des Landesverband. Okay. Das klingt nicht so gut. Das klingt nach Game Over. Aber wenn im Dezember Kampf-Updates kommen. Und Armeen kommen. Dann macht es bestimmt Spaß, den Steuereintreiber auch mal in die Flucht zu schlagen. Also du kannst jetzt... Ich baue eine Farbe. Mhm. Da ist sie in meinem Inventory hervorragend. Und dann schaue ich mal, dass ich sie hier hinter dem... Da wo wir gesagt haben... Gucken wir mal, ob ich die Bäume stehen lasse vielleicht. Weil Bäume schon auch ganz gut sind. Ich schreibe mal kurz den Kollegen, den ich ja jetzt leider absagen musste. Ähm... Okay, da steht die Form. Ah ja, da kann man Mehl herstellen, da kann man Futter herstellen. Ein paar Felder gibt es auch als zu bauen. Das... So, du hattest jetzt den Bauernhof gebaut. Hier schön. Und das worauf war, dass die keine Verbindung direkt haben müssen. So. Hast du Felder? Ne, ich guck jetzt mal. Ich hatte dem Kollegen geschrieben, weil... Ich hatte mich mit ihm dann um halb sieben so ungefähr verabredet, ne? Und... Aber wie hat er uns zuerst verabredet, ne? Und ich hab's vergessen, ne? Ach, wenn ich will. Genau. Manchmal gerät es ein bisschen aus dem Grunde der Zeitplan, das ist halt so. Äh... Hat denn einer, ähm... gesagt, dass die Felder 40 Stein brauchen? Oh. Ich dachte ja eigentlich, dass man auf Feldern die Steine wegsammelt. Und nicht drauflegt. Was ist das denn? Nein, das ist vielleicht so eine Art irisches Feld, wo so diese Steine dann an einer Seite so gemauert werden, so ringsherum. Ah, okay, okay, okay. Oder vielleicht ein Chinesischer auf Steingarten. Steingarten. Gut, ich werde aber eben kaufen, ne? Ja, das machen wir. 848 Riesen Eisensteine haben wir bis jetzt. Nehmen wir uns Sand. 1400, das sind, äh, äh, das sind 1200, die wir brauchen, ja. 1200... Ach komm, ich nehme das jetzt hier alles mit. Nehmen wir uns Sand. Sandhammer genug. Das sind die Steine zu fehlen, ja. Ah, Sandhammer fielen. Will der Peter Lein aber leider nicht kaufen. Sand will... Oh, Mensch. Habe ich schon in der Kindheit versucht, irgendwie meinen Eltern Sand zu verkaufen. Aus dem Sandkasten hatte ja auch nicht geklappt. Boah. Der KD-Ticks schon. Ich kaufe jetzt mal hier 40 Stein. Schade ist, dass man mit dem nicht handeln kann. Oh, das fand ich bei Key Denkamp Deliverance gar nicht mal so schlecht, ne? Oder hast das nie gespielt? Den Denkamp habe ich nie gespielt, leider. Ja. Da konnte man handeln. Ach so, dass man den Preis drückt. Ja. Aber mit der Zeit wurden die dann auch sauer. Ja, ja. Da ging doch mal gar nichts mehr, oder? Ist schon passiert, ja. Oder die haben ja wirklich zu ganz ungünstigen, äh, Konditionen dann nur noch verkauft. Oh, dann müssen wir zum anderen Händler hin, ne? Ja. Dann ist beiden Laufen angezeigt. Okay, dann baue ich das Feld. Ja. Ja, nee, warte, ich muss erst mal die Steine da rein tun. Ach, sind wir nicht drin. So, und wenn du nichts dagegen hast, werde ich jetzt einfach mal die 884 Ocken nehmen hier. Das Eisen, wir brauchen ja glaube ich gerade keins. Ja. Und dann treten wir den Arbeiter mal in der Hinternass, die da mal wieder schnell was reinlegen. Und verkaufe dann, ähm, das Eisen an den Peterlin. Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Das ist gut. Und immer dran denken, bevor ein Werkzeug kaputt geht, der Peterlin hat immer noch einen guten Ankaufskauf. Eine gute Verwendung dafür, ja, das ist doch schön. So, ach, so groß sind die Felder ja gar nicht. Also ich tippe bei, dass wir zwei, maximal drei Felder damit bewirtschaften können, ne? Das kann man vielleicht sogar mal gucken. Ach so. Ja, ich finde das schön, dass wir hier echt die Möglichkeit haben, auch so halbdemokratische Prozesse umzusetzen. Ja. Ja, also eigentlich ist es ja demokratisch, kann man ja schon sagen, ne? Also wir können es ja so gestalten, wie wir das wollen, ne? Also hier kann man gut durchlaufen. Und es ist gut, dass hier auch ein kleines Feld ist. Ah ja, ein bisschen hoch, so eine Art hoch geht's. Jetzt müssen wir auch, warum es so viel Stein dafür braucht. Ach, das wird alles schon schön. Da müssen wir auch einen Arbeiter zuweisen können. Kann man das? Schon gut geschoben. Da müssen wir Arbeiter einstellen. Zehn Stück können wir. Ja, die wir haben, sind alle am Arbeiten zurzeit, ne? Ja. Und es ist auch kein Eisenerz dazu gekommen. Also 48 tue ich jetzt hier wieder rein. Ja, ich glaube, das hat inzwischen auch rausgefunden, wie das funktioniert mit dem Arbeiten. Und zwar... Es gibt keine Verbesserung für Vögel. Es gibt keinen Counter, der zählt zum Beispiel beim... Der Klaus hackt Holz und er zählt den Counter runter. Auf zehn Sekunden neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Und jetzt bringt er sein Holz, das er geerntet hat, ins Lager zurück. Jetzt müsste das Lager, das Fichtenholz, müsste jetzt eingestiegen sein gerade. Okay. So, ich guck mal hier. Flax. Was kriegen wir denn für Flax? Flax kostet sechs Talerchen. Das Eisen, das der Uwe schrift, das ist noch... Der ist der Counter noch bei 260 Sekunden. Das dauert noch eine ganze Weile bis die nächste Lieferung. Aber wir haben ja zwei Leute da eingestellt. Genau. So, also Flax kostet sechs Silberlinge. Jetzt hätte ich mal aus Spaß natürlich... Habe ich jetzt vergessen... Hätte ich mal einkaufen können und dann versuchen können zu verkaufen. Oder hat man noch Flax im Lager? Ja, wir haben einen Flax im Lager. 20. Ich geh jetzt mal zum Peter und guck, was der uns für Flax gibt. Der Obstgarten, der ist bei 800 Sekunden. Also das dauert noch richtig lange, bis das erste Obst reinkommt. Peter, der gibt uns für Flax keinen Cent. Kein Cent? Nein, nix. Gar nix. Nix. Ich schätze mal, wir müssen da Kleidung oder so mit herstellen. Mhm. Also Nahrung, wie sieht es denn damit aus? Da müssen wir doch jetzt schon bald genug haben, ne? Ich guck mal. Nahrung muss genug sein. Echt? Also unsere Bauern, die brauchen 400 Nahrung in 45 Minuten und wir haben noch 2700 Nahrung. im Lager. Da kommen wir auf 5 Stunden, 6 Stunden, glaube ich. Äh, essen die unter Umständen rohes Fleisch? Das rohe Fleisch habe ich jetzt mal gekocht. Ach Gott sei Dank. Ich dachte schon, die sind jetzt so blöd und essen rohes Fleisch. Nein, nein. Das rohe Fleisch habe ich vorhin, als du dich mit Rechenaufgaben beschäftigt hast und ich keine Lust zum Kopfrechnen hatte, habe ich das Fleisch gekocht. Ja. Gut, also ich bin jetzt wirklich ein bisschen durcheinander. Wir brauchen Arbeiter, ne? Sonst können wir da nix im Bauernhof herstellen. Bleiben wir bei den 4, die wir haben und ziehen noch einen ab oder wir holen noch einen 5. Ja. Ja, meins, äh, die Frage ist, mit den Feldern, also Bauernhof, ich verstehe das jetzt. Ich gucke noch mal, verwalten, Bauernhof, kann man den verbessern? Erst mal gucken. Mehl können wir dort herstellen und Futter. Also für Tiere. Man soll ja auch, glaube ich, Pferde und so weiter machen können, ne? Aus dem Mehl kann man wahrscheinlich auch rot backen dann irgendwann. Also wir können den auf jeden Fall nicht verwerten, also nicht aufbessern. Achso, geht gar nicht, okay. Also das heißt, und Verbesserungen beim Feld gibt's noch nicht. Nee, es gibt noch nicht. Also könnte sein, dass wir jetzt zum Beispiel auch ruhig zwei Felder haben können oder vier. Das können wir schon, ja. Und ich denke, wir sollten das mal wagen, dass wir vielleicht, äh... 30 Meter ausgehen. Ich mein, teuer ist das ja nicht, weil dann würde ich doch... Die Felder kosten 40 Steine, die waren nicht billig. Achso. Der Bauernhof war nicht teuer, der Bauernhof war nicht teuer. Aber das ist ja nur, nur zu verarbeiten von dem, was man auf den Feldern erntet. Und also, das Geld anzulegen, das kostet schon ordentlich Steine. Das heißt, wir sollten das Feld auch bebauen, damit sich die Investition gelohnt hat. Gut. Ein Seil, wie stellte man nochmal ein Seil her? Ja. Ich gehe mal kurz in die Nähestube. Okay. Dann, pass auf, dann laufe ich los und stelle noch einen Arbeiter ein. Nee, nee. Ja, ich mein, wir sind jetzt im Discord, weil die Idee war ja jetzt eventuell vielleicht Klax anzubauen oder irgendwie sowas, oder irgendwas zu machen, dass wir vielleicht sein auf dem Peterle oder so verkaufen können, ne? Ja, das ist natürlich gut. Wenn Seile teuer sind, dann können wir auch... Schwer teuer herzustellen, mit eigenem... Ja, dann können wir Klax anbauen, das geht. Genau. So, ich nehme mal ein Seil. Und einen Obstgarten könnten wir ja auch nochmal bauen. Ich kann ja nochmal schauen, was der kostet. Also später brauchen wir die Sachen garantiert. 40 Stein. Also die sind beide recht. Die kosten beide gleich viel. Der Obstgarten als auch das Feld. Schaut mal auf, dann nehme ich den Klaus. vom Holzhacken runter. Bei Holz haben wir genug. Ja. Und dann... Entschuldigung, das hätte ich jetzt vielleicht erstmal mit dem Sprechensort, wo ich es einfach mache, aber... Oh, ich muss jetzt mal strukturiert sein. Der sagt dem Klaus dann, er soll das Feld verackern. Also Seil macht man aus Faser. Und Flax anbauen. Flax ist dann für Stoffherstellung, Fäbzig. Ah, hier steht's. In 8 Sekunden, 40 Flax oder 8. Nee. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also wenn wir ein Seil kaufen, kostet 15 Silberlinge. Wenn wir es verkaufen, kriegen wir 5. Ah, cool. So, und... Und die machen wir mit Flau. Nee, mit Fasern. Mit Fasern. Die Fasern, die stellen wir ja über Rinde her, glaube ich, ne? Oder weil das... Genau. Rinde, was war Fasern? Zum Hacke, Holzdienst hier, so. So, Rinde, genau. 10 Rinde ergeben 10 Fasern aus Birke. So, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Arbeiter einstellen, der Rinde macht. Und dann später Fasern. Aber wie machen wir da ein Seil? Wenn wir ja nur selber machen. Wo ist das Spinnerad? Die Näherei war da hinten. Seil kannst du... Genau, da brauchst du... Das kannst du selber machen. Aus vier Fasern. Genau, das können wir ja hier am... Auch am... Spinnerad machen. Mit vier Fasern. Ah, ja. Und dann würden wir das dann ohne Werkzeug herstellen können über die Arbeiter. Ich meine, das ist ja das Sinnvolle. Darum sind die auch vielleicht langsamer noch. Also jetzt... Mit allen, ne? Also könnten wir jetzt einen in der Näherei gebrauchen. Und einen in der Holzwerkstatt, der Rinde macht. Und unter Umständen noch einen zweiten in der Holzwerkstatt, der Fasern macht. Okay. Und wir brauchen dann noch einen, der das macht, den du irgendwo abgezogen hast. Das heißt, sie könnten noch vier Arbeiter so brauchen. An den ich abgezogen habe, den habe ich vom Holz hatten oder so gezogen. Der hat Pichtenholz gemacht. Da haben wir 130 von dem Lager. Ich glaube, der ist jetzt nicht so dramatisch. Naja, aber wir brauchen ja dann einen, der Birkenholz macht. Nimm, das ist wahr. Also das würde jetzt schon was bringen. So und das wäre jetzt hier der Zimmermann Verbesserung. Wir haben hier noch gar keine Verbesserung. Genau, weil das Problem ist, wir konnten dann ja nur Pfeile herstellen. Das wäre auch nochmal was, dass man nochmal rauskriegt, wie man Pfeile erstellt. So, ich werde jetzt gleich die Werkstatt ein bisschen aufwerten. Und dann der verbesserte Zimmermann, der braucht nämlich später 100 Seile und 10 Eisenbarren. Und das war ja das, wo ich dann irgendwie gesagt habe, ne, ich im Vorgängerspiel, ne, ich stelle keine Seile selber her. Das kostet viel zu viel und auch unendlich viel Zeit. Vielleicht müssen wir auch zwei Sägewerkstände machen, oder wir müssen das immer so machen, dass wir den Arbeitsvorgang wechseln. Also du holst schon mal vier Arbeiter, ne? Ich hol vier Arbeiter, alles klar. Gut. Dann werde ich jetzt mal auf Spaß eine Palisade bauen. Okay. Wenn wir das können. Das war dann am Zimmermannswerk. Boah, ich bin gerade wirklich raus, ja nicht raus aus dem Spiel, sondern man weiß nicht, was man machen soll. Das ist doch schön so. Das ist ein neues Spiel. Ich bin Bürgermeister oder so und du auch. Und wir müssen jetzt erstmal gucken. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man ein Dorf verweitet. Genau. Vielleicht kommen ja Ideen aus dem Chat. Was hatte ich gesagt? Eine Palisade bauen. Dann müsste ich in die Zimmermannswerkstatt. Aber die ist hier. Burgpalisade, acht Fischchenstamm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die im Inventar haben muss. Du hast nicht die erforderlichen Fähigkeiten zum Herstellen eines Gegenstandes in Burgpalisade. Das ist ja wohl nicht im Ernst. Mal gucken, ob sich das ändert, wenn ich hier das Holz aus dem Lager rauskomme. Oh, du bist überlastet. Ich hätte auch auf dem Discord von Raubritter vielleicht sagen können, das soll alles streamen. Genau. Machen wir nächstes Mal, ne? Alles klar. Passt. Ne, ich habe nicht die Fähigkeiten, eine Burgpalisade herzustellen. Ah, okay. Du hast nicht die Fähigkeiten. Achso, das heißt, du musst wahrscheinlich einmal hochleveln, ne? Genau. Mehr Steuern zahlen. Ich bin bei den Arbeitern angekommen. Wen haben wir denn noch? Klaus haben wir schon einen. Ich glaube nicht, wenn ich zweimal Klaus einstelle, da gibt es Chaos. Ich habe Henry. Den nehmen wir doch mal. Das ist gut. Also, ich habe gerade den aktuellen Titel Adliger wieder. Den haben wir noch. Ah, gut. So, und für den nächsten Titel brauchen wir 10.000 Silberlinge im Lager und 20 Burgpalisade. Jetzt frage ich dich. Ich kann aber keine Burgpalisade herstellen. Dann sind wir noch für den Ritter nicht weit genug. Was mache ich da falsch? Vielleicht kann die ja nur einen Arbeiter herstellen. So, das kann natürlich sein. Vielleicht braucht man aber auch eine Schule und das wird uns nur nicht erklärt. Mhm, 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 mhm. So, wir brauchen... Wir haben eh und je nicht mehr genug Steuern im Lager. Ich muss also tatsächlich jetzt schaufeln gehen. Oh! Oh! Wir haben 128 Rasensteine reingetan. Hatte ich glaube ich 48. Aber das heißt, der hat jetzt in der Zeit schon mal immerhin 50 Silberlinge so gemacht, ne? 50 bis 70. So, wir kommen also erst weiter, wenn wir noch mehr Arbeiter haben erstmal. Küche. Küche wäre Kiefernstamm, 50 Kiefernbrett und 20 Brennholz. Okay, 100 Kiefernstamm. Die kommen ja jetzt leider nur mit zwei Arbeiter her. Warum? Weil die anderen erschossen sind, oder was? Die anderen... Nein, die anderen... Nein, die anderen heißen... Die anderen beiden, die es hier noch gibt, heißen auch Klaus und Uwe. Ist doch nicht schlimm, oder? Naja, mal schauen, ob wir das gemanagt kriegen, wenn wir zweimal Klaus haben und zweimal Uwe. Machen wir. Ich nehm noch einen Klaus mit und dann gucken wir mal, wie er damit zurechtkommt. Wir brauchen vier. Wolltest du gleich wieder hochlaufen? Ja, gut, okay. Auch wieder wahr. Also dann gibt's jetzt... Ach, jetzt haben wir Franz. Das ist doch der Grund. Jetzt steht hier ein Franz. Ich muss das Rezept aber im Kopf behalten. Was? 100 Kiefernstamm. 50 Kiefernbrett und 20 Brennholz. Das müssen wir doch eigentlich schon hier haben. 20 noch jetzt. Ja, jetzt haben wir vier. Die können ruhig schön Holz hacken, du. Das sag ich dir. Ich mach jetzt hier in die Küche. 100 Kiefernstamm, 50 Kiefernbretter, 20 Brennholz. Jetzt muss ich Kiefernbretter herstellen. Stell das mal vor. Weil so viel haben wir nicht. Also die müssen schon schuften. Mhm. Ja, der Fehler macht man schnell. Man holt hier ein bisschen was raus und lässt es im Lager liegen. So 50. Das kostet jetzt wieder Werkzeug. Und es dauert. Du bist, seeker V пятьieuer und stein. D purch hast du Angst. Das kostet jetzt wirklich. Das kostet jetzt. Du erst mal vor. увидеть Kil sera Haus. Yep. Du bist du Angst. So, die Leute sind angeordnet. Ja. Ich stelle Kieferbretter her. Weil ich will jetzt noch eine Küche machen. Könnte ja sein, dass wir dadurch das Essen effizienter verwenden können. Gehe ich auch mal von aus, dass das so gedacht ist. Ja gut. Vielleicht können wir sogar auch Brot verkaufen. Also ich sag mal, zehn Arbeiter sollten wir schon haben, insgesamt. Aber nächstes Mal laufe ich dann hoch. Okay, danke. Ja. Nächstes Mal laufe ich hoch. Aber sobald wir mehr als zehn Arbeiter haben, wird es gefährlich. Die Arbeiter können mit den jetzigen Vorräten drei Stunden ernähren. Also wenn wir sagen, wir spielen eine Stunde jeden Tag, jede Session. Das ist schon eng. Weil das Problem vor allen Dingen ist, wenn wir runter kommen auf die Steuern, also wieder degradiert werden, dann verlieren wir die Arbeiter. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. So, dann brauche ich jetzt noch Brennholz tatsächlich. Aber hier glaube ich gerade nicht drin. Holzkohle, genau. Holzkohle mal runter und dazwischen machen wir mal ein bisschen Holzkohle. bei der Holzkohle auch über Birke. Achso, und du bist das. Ja, das bin ich. Du könntest auch, aber. Klar. Ich versuche gerade, es ist irgendwie funktioniert das Feld noch nicht. Der Klaus steht da zwar, aber er nutzt hier nichts. Und es gibt noch eine Fehlermeldung. Und? Dann fällt. Also es hat schon Sinn, die Arbeiter permanent arbeiten zu lassen. mit Holz und so und alles. Das wird später sagt, wir haben grundsätzlich über 50 Brennholz drin, 50 davon, 50 hiervon. Ich frage mich nur, wie das funktioniert. Wenn man jetzt ein zweites Lager baut, also ein Lagerhaus. Nicht genügend Ressourcen oder Werkzeuge. Vielleicht brauchen wir Flax-Samen, um Flax anzubauen. Flax haben wir in Lager. Wir brauchen doch nur Flax. Ja gut, wir hätten uns vielleicht auch irgendwann Kleidung herstellen können. Zumindest mal ein Hut, wenn dann Winter kommt. Ja gut. Ja gut, ne. Jetzt will es ausprobieren, ja. So, jetzt haben wir ein Brentholz hier. Jetzt müsste es ja klappen. Der sogenannte Kornspeicher haben wollen, ne? Ein Kornspeicher? Ja, doch, 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 das war ja dann der Speicher, wo Obst und Sogeln haben. Ah, okay. Vielleicht muss man das auch an den Kornspeicher tun. Ich muss erst mal mit dem Lager, da muss man was lernen. Ich wollte irgendwas bauen, genau, die Küche. So, Küche. So, jetzt brauchen wir nur noch die gute Mine. Jetzt kommt es wieder. Es scheint zu gehen. Vielleicht müssen wir sagen, ein Kornspeicher, das ist eine gute Idee. Die Küche ist groß. Doch mal, die Leute schon so Richtung Dorfplatz. Oh, hier kommt das große Gasthaus. Mal gucken, wo hier... Ah, da ist auch... Da müssen wir hier noch ein, zwei Bäumchen weg hatten. Ah, da steht, ich brauche acht Getreide, um 80 Getreide zu produzieren. Da hat es gehabt. Äh, nochmal. Ich muss acht Getreide aussehen, um 80 Getreide zu ernten. Also, dann geht es beim Flax genauso. Da geht es beim Flax genauso. Ich muss acht Getreide aussehen, um 40 zu ernten. Wir haben jetzt Flax im Lager. Ja, jetzt geht's. Ich habe mal einen produziert und, oh, Heidenay, 3500 Sekunden. Sehr gut. Eine Stunde? Ja. Eine Stunde, oh. Ach, das ist doch schrecklich. Das ist heftig. Das ist heftig. Für 40... Was habe ich gesagt? Für 40 Flax. Nein, ich verstehe es nicht. Du hast jetzt ein Flax gepflanzt. Ich habe acht Flax Samen ausgesät. oder acht Flachspflanzen benutzt, um deren Samen auszusehen. Und in einer Stunde haben wir 40 Flachs, die wir ernten können, die unser Klaus ernten wird. Und die bringen dann zehn Seile, nachdem wir die auch noch verarbeitet haben. Und für jedes Seil kriegen wir fünf, also verdient er 50 Silberlinge. Nee, aber Seile gibt es, aus Seile mache ich aus Fasern, nicht aus Flachs. Stimmt, hast recht. Ja, nee, machen wir aus Stoff, ne? Machen wir aus Stoff, ne? Wir müssen, also mit der Küche, ich, ich, ich streame ja, ich zeige dir das gleich mal. Das ist natürlich jetzt auch ein Vorteil. Wir könnten es über Discord machen, aber wir könnten es auch über Stream machen, ein bisschen zeitversetzt. Also, erst mal, war ja ursprünglich gedacht, hier soll irgendwie so der Dorfmittelpunkt sein, so hier. Ja, okay. Ah, okay. Weil hier ist ja auch das Lager, von hier aus können wir überall so zugreifen. Und hier, wo ich jetzt hier so stehe, wo die Birken sind und wo du stehst, sollte eigentlich so der Dorfmittelplatz sein, wo man vielleicht Fackel auch hinstellen. Und hier, wo ich weiß nicht, was es gibt, Tische, Bänke, später mal. So, und jetzt hätte ich hier die Küche. So, ja. Jetzt fragt sich, ob man die so stellen soll, offen, in die Richtung. Das kann ich jetzt nicht erkennen, aber dann oder so. Oder so. Ein bisschen weg, so nach dahin vielleicht. Ich hoffe, dass die Zeitverzögerung zu groß ist. Oder noch weiter weg. Oder wieder zurück. Es ist doof, sollte ich den Discord anschalten? Übertragung? Ja, das ist doch okay. So, ja. Ja, mag ich mal. Ich weiß einfach, die Zeitverzögerung ist schlecht. Ich mach mal so lange in die Roadmap rein. So. Du kannst auch mit Shift und Maustaste, glaube ich, das kannst du ein bisschen höher stellen und niedriger damit. Das sind auch Bäume. Ohne Gebenheiten ausgeglichen. Aber Bäume, klar, Bäume muss man vorher fällen. Also setzen können wir das da überall. Also das Gelände ist geeignet. Geht eigentlich nur jetzt um wo was hinsetzen und wie. Wir haben ja auch, da sie noch nicht abgegradet ist, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir meinen, das passt so nicht, reißen sie wieder ab und setzen sie drei Meter weiter die andere Richtung. So, du müsstest das jetzt sehen können. Jetzt sehe ich es im Stream immer. Ja, nee. Besser wir jetzt auf Discord gucken. So, auf Discord haben wir ja auch nicht. Ja, habe ich dir jetzt extra angewacht, damit wir die Zeitversetzung so ein bisschen in den Griff kriegen. Also soll ich das so setzen? Gut, passt. Oder lieber so? Vielleicht den Eingang ruhig zum Zentrum machen, oder? Aber dann ruhig ein bisschen so, dass man von dem anderen Gebäude hinten schön breit den Eingang sieht oder lieber auch hier so schmal wieder? Kann ruhig ein bisschen großtypiger sein, denke ich. Genau, dass man erkennen kann, da hinten ist der Kornspeicher noch. Das ist doch gut. Das ist natürlich schwierig zu setzen. Ich hoffe, wir müssen es nicht zweimal abreißen. Ich komme. Ja, da kann man nämlich hier im Notfall noch ein weiteres Gebäude irgendwas hinstellen. Nur noch ein Obstgarten. Ah ja, stimmt. Das kann man auch machen. Also, wenn es fit ist, steht gut. Steht gut. Ich bin dran. Ich habe hier an die Feuerstelle. Ah, die Feuerstelle. Aber. Oh, da kann man jetzt noch Fische kochen, Spiegelallbraten, Grütze, Schladenbrot, Bohnen, und Sauerkraut. Ja, aber eine, was das Herz begehrt. Aber ich möchte noch mal anmerken, ja, je weiter wir auseinanderbauen, umso mehr Zaun brauchbar, ja. Verdammt, ja, okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht doch. Und wir müssen nochmal abreißen und wollen näher heransitzen. Können wir ja machen. Ja, und werden auch die anderen Felder später doch mehr in die Burg dann reinbauen, wenn die nicht so groß sind. Ja. Ärger nicht, ne? Ja. Ja, machen wir es enger. Hält mir jetzt gerade so ein. Ich meine, wir sind ja doch am Anfang, bis doch Anfänger. Was ist schon weg? Kann ja auch nicht schalten. Naja, dann konntest du die ja jetzt dann setzen, ne? Ach so, aber dann tun sie ins Lager, damit ich sie übernehme und nicht auf den Mond werfen. Und dann setzt du die jetzt so, nach den Bedenken, die ich gesagt habe, wie du meinst, das könnte so vielleicht so ungefähr hinhauen. Und wenn es nicht richtig so hinhaut, später ist ja auch nicht schlimm, weil ich kann das ja auch nicht besser vorausschauen, ne? Ja, ja, ja. Nee, tu sie ins Lager, tu sie nicht auf den Boden. So hast du. In Lager zu Lager, so. Küche? Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt hier einen Baum noch wegfällen muss. Glaube ich nicht, ne? Entschuldigung, wie sieht denn die Küche aus? Wieso sehe ich die nicht im Lager? Du musst zur Bauhütte. Ich habe die Küche nicht, die habe ich ja eingerissen. Du musst die wieder neu herstellen. Ja, ja, okay. Du kriegst nicht die Küche, es werden nur die Ressourcen zurückgelegt. Alles klar. Ja, jetzt habe ich es wieder. Küche einmal herstellen. So, ich gucke mal, wie viel Steuern wir wieder bekommen haben. Ja, beziehungsweise... Eisen erst 188. Gut, wir hatten ja alle anderen drin, aber... Das kommt. Es ist nicht so sch... Also, im Notfall würde ich noch eine weitere Hütte bauen und drei Leute zum Eisen schürfen hinstellen, ne? Wobei ich selber unglaublich schnell bin, ne? Ja. Ich kann auch selber noch mal ein bisschen schürfen, das geht auch. Sonst stehe ich die Küche jetzt einfach mal etwas näher an die Schneiderweiterung. Wenn ich sie wieder einreißen soll, sagst du Bescheid. Woher wir das sagen. So, und man kann immer noch durchgehen und hat hier noch einen Platz auf das. Also, du bist also der Schwenkbauer. Naja, sie ist ja so manchmal gewesen im Mittelalter, ne? Nicht so schlecht. Nein, da war da so ein Fuchsbau und da hat man gesagt, oh nee, den dürfen wir nicht stören, da müssen wir die Hütte ein bisschen schräg setzen. Genau. Sonst kriegen wir Ärger mit dem Förster und mit dem Tierschutz und ja. Der Platz soll ja rund werden, oder? Das soll ja eckig werden. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Römer unglaublich eckig waren. Ja, ja, die Römer. Genau. Sind wir Römer oder was? Ne, ich finde das okay. Es ist in Ordnung. Es muss... Okay. Ich finde das gut. Also, ich... Hat was... Ich stört, änderst gerne. Ich hoffe, der Schmerz hat. Nein. Wir erkennen so jetzt, in welchem Bereich wir auch mehr sind, weil das ja mal ein bisschen anders ist. So dreiecksmäßig, so deltamäßig. Gut. Was ist denn, wenn wir das Ding jetzt aufwerten? Wir haben auf dem Dach in unserem Gebäude klettern, aber das geht alles nicht. So, die erste Verbesserung wäre Ton. Die zweite Verbesserung wäre Ton. Die dritte wäre Ton. Was wir damit machen können, denke ich mir, ist nicht, dass wir mehr machen können, sondern dass wir einfach mehr Kochstellen dazukommen. Für mehr Köche. Und verbesserte Küche? Ja. Das sind dann nur mehr Arbeiter. Ah, Sauerkraut. Du kriegst ein Trockengestell dazu? Ey, die haben wir auch an die Deutschen gedacht. Ah, Sauerkraut. Okay, meine Ahnung. Ein Gärfass? Ein Gärfass klingt auch gut. Oh, Spieleier. Oder noch mehr Kochgelegenheiten. Oder ein Salzfass. Okay. Zum Pükeln. Also ich denke mal, wir müssen auch Tierhaltung irgendwann machen. Ja. So, wie hieß denn das Gericht? Für gekochtes... Ach, hier. Braten. Acht rohes Fleisch. Acht Obst. Vier Salz. Soll es mal Salz haben. Und achtmal Brennholz. Ja, kauf. Das sind doch pleite. Ja, okay. Es steht aber kein Nährwert dran. Ich kann nicht sehen, wie viel Nährwert der Braten hat. Kommen wir mal mit Brot an, oder? Ganz, ganz einfach. Ah, hier. Gekochtes Fleisch. Ein rohes Fleisch. Das können wir ja auch selber machen, ne? Das ist ja echt ein Witz. Entschuldigung. Ich weiß nicht. War jetzt nur Spaß, ne? Aber trotzdem ist... Also können wir auch selber machen, das Fleisch, ne? Fladenbrot. Ob sich das überhaupt lohnt? Ja, doch, die haben mehr Nährwert, ne? Ach, hier steht's doch. Weil Fladenbrot hat 30 Sattheit. Ah, süßte. Okay. Wert 24. Also ich sehe jetzt doch, wie wir das jetzt. Fleisch hat einen Wert von 15, Sättheit 21. Und du weißt ja, wie schwer jagen ist, ne? So. Und wenn man auf das Ergebnis geht, mit dem Mauszeiger, ne? Dann sieht man auch, was der hat. Der hätte einen Wert von 150. Sattheit 200. Wow. Also das heißt, da würden wir einen Arbeiter mit satt kriegen. Ja. Und darum geht das ja auch. Aber da braucht Mut, Brennholz kein Problem. Salz 6. Können wir schon Brennholz herstellen? Na gut, wenn du jetzt 8 Korn hast, dann hast du 80. 80 Korn. Dann kriegst du daraus 40 Fladenbrote. Dann hast du einen Wert von... Boah, ich hab grad schlecht. 800... Ja, doch. 40 Fladenbrote. 960 Taler kriegen wir dann. Also würde uns das kosten, wenn wir die dann kaufen würden, ne? Das Fladenbrote. 960 Taler. Du weißt ja nicht, wie viel wir bekommen, wenn wir was verkaufen. Ich denke mal, wir müssen herstellen und wir müssen lernen. Wir müssen nur gucken, wie wir für die Steuern bezahlen können. Brennholz können wir machen. Das ist kein Problem. 1.715 Steuern derzeit. 1.715 Steuern derzeit. Gut, ich denke, weil wir müssen tatsächlich auch eine Schule bauen. Du hast alle Arbeiter eingestellt? Ich habe alle Arbeiter eingestellt. Wir haben noch vier neue Leute, die noch nichts tun. Was? Ich habe wohl es nicht richtig gehört. Die tun nichts? Die tun noch nichts. Die können wir noch verplanen. Ja, der eine, der soll Birkenholz holen, der andere, der soll, äh, äh, der soll Rinde machen und der andere, der soll Faser machen. Ist das möglich? Schauen wir mal, müsste gehen. Ich gucke auch mal. Dann nehmen wir mal Dalibor und so ein Birkenholz holen. Der ist ja jetzt dabei. Der Wolfherr? Ja, der jagt. Der ist schon Geselle. Ah, jagen zählt als Landwirt. Das ist ja gut. Der eine auch ist Geselle. Wir haben also schon einige, die sind Gesellen und der eine, der ist so ein Geselle, dass er schon Landwirtschaft machen kann. Genau. Oder lese ich das falsch? Nee, ich glaube, das liest du richtig. Oder ist er grundsätzlich Geselle, aber gerade als Landwirt tätig? Er ist Geselle in der Landwirtschaft, ein Bauerngeselle. Ach, das ist unser Obsttyp. Der Wolfherr, der jagt. Also, Jagd und Landwirtschaft. Agriculture and Fisheries. Ich bin gespannt. Wenn er auf den Klaus sammelt, soll er jetzt. also wir können tatsächlich die Leute auch Burgpartisanen herstellen lassen naja vielleicht können die das was ich nicht kann schließlich bin ich ja keine Arbeiter das wäre auch was wir beide sind ja keine Arbeiter mehr soll mal am Sägewerk Rinde herstellen oder was hast du gesagt genau wir brauchen einen der Rinde herstellt und ein also wir brauchen einen der Birkenholz schlägt einen der da eine Stunde lang das reiche ist erstmal für 200 Rinde oder es gibt dann 200 Fasern am Ende Rinde oder Fasern was brauchen wir erstmal Rinde wir brauchen Birken wir brauchen Rinde wir brauchen Faser und dann brauchen wir einen in der Näherei der Seile herstellt einfach nur damit wir mal so zweckmäßig rauskriegen ob das für auch Sinn hat die Güter herzustellen die wir dann verkaufen und wenn ich jetzt auch nicht schlimm weil wir wir brauchen die Seile zum aufwerten dann machen wir noch eine zweite Sägebahn dann können wir den Volkowinde machen lassen und den Franz Fasern machen lassen so und das ist jetzt die Frage wie wir brauchen eine zweite Sägebank indem wir die bestehende Sägebank erweitern bzw. verbessern darf ich das machen ja bitte wegen den Zuschauern ja ich vergesse die Zuschauer immer natürlich klar war jetzt einfach nur mal so weil die ich so wie jeder unter verwalten und dann haben wir hier die Sägebank Verbesserung und weil wir ja so viel auch im Lager gelagert haben 10 Kiefernbretter oder so müsste das klappen herzlichen Glückwunsch du bist erfolgreich und ich werde jetzt direkt die nächste Verbesserung machen die natürlich funktioniert weil das nicht auf Lager ist so aber reicht ja auch erst mal die die zwei würde ich sagen und jetzt kannst du noch möchtest kannst du noch den Franz zum Beispiel zum Faser machen genau weil wir haben ja doch ein paar Faser der drittel die habe ich ja ruckzuck mal so mit dem Fingerschnipp fertig gemacht allerdings mit Werkzeugen teuer gekauft also ja hergestellt an die hier da haben wir ja die Faser 20 ja gut dann stelle ich dir jetzt mal dann ein wer welcher ist über so untertanen welcher ist jetzt über der Franz und der Henry also den Franz den immer für die Schneiderei und den Namen er franzelt rum er macht er ich hoffe die leute wissen was doch franzelt sind wenn die Kleidung alt wird wird und so dann wird sie franzig kennen glaube ich die meisten gar nicht mehr aber wir können jetzt zuweisen so nicht aber ich gehe jetzt hier auch verwalten ja ich kann aber mit den anderen Namen auch irgendwie solche Herleitungen machen ja ja schön wäre wenn wir die umbenennen können das wäre noch mal was weil das macht man in der Realität auch dann sagt man auch ey du Hayopay jetzt macht man eine Arbeit da und hier nicht rum da also Hayopay würde ich mal sagen einer der immer Haya gemacht hat oder Klaus nix im Lager zu tun gabelstapler auftanken oder was ich bin heute nicht so auf der Höhre du wolltest sie ins Sägewerk gehen genau so verwalten wir könnten wirklich Stoff herstellen ne aber da braucht man ja dann ne nochmal nochmal das machen wir auch nächstes mal spätestens so Werkbank für Kleider ist gesperrt Werkbank für Balkfass ist gesperrt alles noch nicht abgelegelt so ich habe jetzt noch Franz gedrückt und guck jetzt dass das glatten zuordnen du hast den Arbeiter erfolgreich der Produktionsstation zugewiesen wunderbar jo hi Bender noch jemand der Raubritter streamt sehr gut der auch mit dem Kollegen Snake ähm im Kooperationsmodus spielt Hallihallo ja wir auch weil das muss ja auch passen dass wir zusammenspielen also ich finde das irgendwie dann langweilig wenn ich alleine an dann so da losrenne obwohl es Kooperation ist und dann alles fertig mache und dann dem Kollegen dann nur noch zeigen guck mal das habe ich gemacht das habe ich gemacht da kriege ich da so schön Lob klopfen so auf die Schulter und ob das dann immer so ehrlich gemeint ist das weiß man natürlich da nicht ne das kann man sich dann höchstens denken ne ne wir sind demokratisch Nigel der sagt schon nichts mehr hallo na ich höre zu und winke den Bänder zu im Chat genau gut so also wir dürfen noch keine Kleider herstellen und keinen Balkfass es kann aber auch vielleicht daran liegen wir wissen es nicht weil wir noch keine Schule haben es kann aber auch daran musst du Demokratie bei Rittern ja ja richtig ich habe mein Schwert Demokratie genannt und mein Bruder auch untergleichen und damit demokratisieren wir uns gegenseitig unter Waffenbrüdern ja ja weil schon Sokrates meinte Demokratie kann nur untergleichen verstanden und gelebt werden oh ja das haben die alten Griechen schon gewusst genau deshalb durften Sklaven auch nicht wählen richtig aber kann der Franz Stoff herstellen? boah ich bin gerade total ich habe ja gar nicht drauf gedrückt aber wir können hier Seile definieren die Seile oder auch den Stoff machen boah ey alter Schwede wie schnell stellst du den Fasern her? also ich kann jetzt schon mal 20 Seile machen lassen drücke ich mal also ich könnte auch Stoff herstellen ach also wir machen das einfach es könnte ja auch sein dass die sich aufleveln müssen und dann geht das das geht bestimmt schneller wie aufleveln doch die durften wählen Peitsche oder Schlagstock ja genau und die Lehrlinge durften sich immer die Amboss Wichse beim Schmied holen ja das haben sie den Leuten immer früher gesagt bei Krupp haben sie gesagt hör mal geh mal zum Schmied und sagt du möchtest Amboss Wichse holen da ist er dann da hingegangen und dann hat der Schmied den dann genommen auf den Amboss gelegt und erst von den Hintern versohlt so haben sie die rein gelegt das ist also kein Scherz das ist wirklich gemacht worden ja ja das waren schon raue Zeiten früher ja folgend schwellen so gut ähm wir sind ja völlig aus dem Spiel raus weißt du da hätte ich doch ja 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 nur um dran zu erinnern uns fehlt noch niemand der Fasern herstellt ich dachte schon du wolltest sagen der uns anführt also dann haue ich ab wir sind in Demokratie dann stimme ich ab das haben wir gesagt das haben wir gesagt das haben wir gesagt heute ist alles auf Blumen gebettet heute gibt es überhaupt gar keine Schmiede mehr ja das wird alles in China gemacht man so was jetzt ähm ich guck mal nach wieviel wir jetzt Steuern zahlen müssen genau 1600 das sind jetzt weniger wie kommt das denn was hast du gemacht wir sind schon noch argiger oder fragt man uns schon degradiert ich bin nur noch schuld heiß ja und du dann auch die haben zu viel Geld ausgegeben schuld heißt er er hat Schulden ja schuld heißt er er hat Schulden schuld heißt heißt schuld heißt doch bei uns ist noch eine Schmiede die machen Ritterschwerter und auch Rüstungen aha ich habe jetzt kein blöder Spruch rein dann lassen wir das auch so ähm das liegt daran weil wir kein Geld mehr haben nicht mehr genug Geld im Lager haben weißt du soll ich jetzt schaufeln kann man nicht was verkaufen was wir brauchen nur 2500 wir brauchen ja nur noch 30 Taler mehr und wir wollten Seile verkaufen als Geschäftsmodell ne ja ja aber die Seile die da drin sind das sind doch die ich glaube ich gekauft habe der hat doch kein Seil fertig gemacht der Franze soll der Franzen lieber Tuch herstellen soll der Franzen lieber Tuch herstellen nächstes Mal ja wie soll er denn Tuch herstellen wenn er keine Dings hat jetzt warte mal noch eine Minute bis das erste das nächste Reihe fertig ist achso er braucht er braucht er braucht Flax und was braucht er noch also der Flax ist teuer gekauft den nehmen wir als Saat das was das was wir jetzt bräuchten wäre ich gehe jetzt mit der Schaufel los und gehe schippen und wenn du was Gutes tun möchtest Haxe Holz ich weiß nicht ob man das auch noch verkaufen kann für einen Tag da musst du mal gucken ach ja kann man schon auch und dann levelst du dich auch noch ein bisschen hoch Asta jetzt sind sich aber jetzt vorher noch mal den Henry als Sägewerk und der soll Fasern herstellen naja und der Franz ist ja noch der arbeitet 255 Minuten jetzt müssen wir das immer durchrechte oder Sekunden Sekunden das ist nicht viel dann ist er jetzt fertig dann ist der arbeitslos ne dann fängt er den nächsten an achso der braucht für einen dann das immer genau für eine Runde ok na gut dann lassen wir den erstmal machen du hast ihn auch unendlich gestellt ne nein geht ja nicht wenn wir keine Fasern haben wir wissen jetzt noch nicht wie viel Fasern wir haben im Lager ja also ich würde mal sagen ich lasse den nur immer so viel arbeiten wie auch Fasern im Lager sind ach ok aber ist das denn jetzt sinnvoll wenn wir mehr Geld haben ja weil da kaufen und stein und bauen und bauen kurz die schule und sind dann wieder arm und zahlen bei der nächsten steuer ja nur noch die eines schulden menschen kann man es auch machen eines schuld heißes ja ok ja und ich könnte ja ich habe mein holz beim peterle verkauft wir haben jetzt gerade genug um bei gelegenheit die jahr zu werden Ja, wenn die Steuern sind dann, wenn man die Steuern abzieht, dann wieder schon wieder nicht. Naja, ich habe ja vor, auch direkt Steine zu kaufen. Stimmt, dann bleiben wir noch eine Weile schon teils, glaube ich. Ist aber auch okay. Macht nichts. Ja, nee, ich kann ja dann wieder graben gehen nochmal nach nächstes Mal. Ja, es geht ja nur darum, dass wir dann die Berechtigung haben, die Schule zu bauen. Ja. Aber es geht ja auch erst mal um das Feld. Genau. Zuerst das Feld und dann die Schule. Genau, das war der Plan. So, du musst sehr pünktlich essen, ne? Genau, ja, es wird jetzt langsam Zeit für mich. Genau. Also ich brauche jetzt noch circa zwei Minuten zum Peterle und dann komme ich. Ich sehe dich schon auf den Peterle zugehen. Darauf kann ich noch warten. Ich kaufe dann direkt Steine, schmeiße sie ins Lager, weil ich möchte nicht überlasten, schlafen gehen. Nicht, dass hinterher etwas weg ist. Ja, 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 ja. So, Peterle. Also so teuer ist Salz. Oh, die hat doch sechs Ocken, ne? Also vier Salz brauchst du für dein Fleisch, ne? So, erst mal so durchrechnen. Da kann ich im Spiel auch noch was essen, weil man muss ja nicht mit leerem Magen schlagen ins Bett gehen. Also ich habe jetzt, wie viel Geld hast du denn gemacht? Ach, das war nicht viel. Ich habe nur 36 Taler eingetragen durch den Rutschlag. Ja, da kriegst du nur eine Möhre zu essen. Ja. Ich habe 1.300. Ja, wow, okay, dann kann ich es mehr. Und ich gebe nicht an, nein. Ich glaube nicht, so eine Runde gehe ich mal wieder auf die Jagd. Schaufeln geht am schnellsten. So, wir brauchten für ein Feld, das waren 40, ne? Also 1.200, das passt doch direkt. Passt doch, dann bin ich schon fast wieder pleite. Da müssen wir nicht zu viele Steuern zahlen müssen. So, kaufen. Ja, dann bleiben noch 100 Tage über. Ist doch was. Kriegen wir Pfanne gucken. Ab Pfanne gucken. So, danke, dass du auch noch die Minuten wartest, weil ich finde es schön, wenn man uns so gemeinsam verabschieden muss. Kann man zur Not auch mal machen, aber Not ist ja nicht. Was aber nicht geht, wenn einer irgendwo als Geisel gehalten wird. Da warte ich nicht, bis der von irgendjemandem befreit wird. Ja, das wäre blöd. Vielleicht kann man ja den Preis dann auch senken, wenn man den dann eine längere Zeit irgendwie auch bei den Gaunern lässt. Weil die sagen, boah, der frisst uns die Haare vom Kopf und so. Dann sehen die am Schluss so aus wie wir. Wir haben ja auch keine Haare mehr. Die Dingern wartet und müssen wir fragen, umso weniger kriegt man dann auch mal das mal abgemacht. Okay, also ein Deutsch, ich wünsche dir eine gute Nacht. So legt er sich hin. Himmel. Dankeschön, ich gehe auch. Ja, auch in den Chat. Und bis zum nächsten Mal. Jo, ich sage auch, tschüss. Danke, dass ihr da wart.